Musik Es gibt in Deutschland viele Kinder, die einfach Gott gar nicht kennen, die auch gar keinen Zugang haben zur Bibel. Und diese Kinder, denke ich, sollten diese gute Nachricht von Jesus hören, damit sie selber für ihr Leben auch entscheiden können, ob sie diesem Gott vertrauen wollen. Musik Wir haben jetzt eben speziell solche Bibelentdecker-AGs, verschiedene Arbeitsgruppen in der Schule, wo wir Kindern von Jesus erzählen. Wir versuchen, das auf eine kindgerechte Art und Weise zu machen mit Liedern, teilweise auch Aktionen oder Bibelfersen, wo wir den Kindern beibringen. Die Kinder werden auch merken, dass das Leben oft nicht so einfach ist, dass es Höhen und Tiefen gibt. Da wünsche ich mir, dass sie mit der Bibel, mit Jesu und Gott ein Fundament haben für ihr Leben. Also besonderer Spaß macht mir einfach, wie ich Beziehungen zu Kindern entwickeln kann und die Liebe, die ich von Gott bekomme, auch ihnen weitergeben kann und sie spüren lassen kann, dass es da jemanden gibt, der sie noch mehr liebt, als wir Menschen hier auf Erden. Liebe Decker, du bist super! EINFOLT 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 Vielen Dank.